So, okay, gut. Na, dann rödeln wir jetzt hier weiter rum. Hier haben wir schon mal glücklich alle durchgeguckt. Ich gucke mal ganz kurz nochmal auf Le Map. Gut, na, dann ab in den Burghof. Ich freue mich, ich freue mich. So, ich mache mal kurz die Mucke ein bisschen lauter. Hört ihr alles gut, Chat? Stille. Das ist alles gut zu hören. Hallo! Na? Ah, okay, okay, okay. Na gut. Dann schauen wir doch mal. So, hier müssen wir so ein paar Kisten zerlatschen. Wie seht das? Und dann jetzt hier runter. So, es liegt natürlich erstmal wieder eine Woche dazwischen. Ich muss mich auch erstmal wieder so ein bisschen einfuchsen. Heißt, ich werde natürlich jetzt erstmal ein paar auf den Arsch kriegen. Machen wir uns das vor. Oh, warte mal, haben wir eine Blendgranate? Du kannst doch welche herstellen, oder? Können wir welche herstellen? Ich gucke mal kurz. Ich weiß nicht, wie dein Inventor aussieht. Also, ne, sie sieht nicht danach aus. Nope. Es sieht schlecht aus. Ich glaube nicht. Aber ich habe schon mal ein bisschen umgeräumt. Ich habe schon mal ein bisschen ordentlich gemacht. Ist hier sofort auf ihr wein, oder, Benni? Ist hier sofort auf ihr wein? Ja, es ist mir ins Auge gestochen. Sofort. Ah, dachte ich mich schon. So, wenn ich jetzt... Die Rahmen bringen mir immer was. Naja, dann probieren wir was mal. Ah, shit. Ja. Na gut. Das war mal nix. Da, wir wenig also kein Kuscheltier auf dem Rummel. Benni, hast du deine Aufnahme gestartet? Nee. Willst du? Naja, für deine Stimme. Oder wieso habe ich bei den letzten Dingern auch gar nicht gemacht? Ich habe immer deine TeamSpeaks Pro genommen. Schön. Ja, schön. Bei mir bist du gendermäßig als Frau eingestellt. Achso, okay. Freut euch auf dem Let's Play. Läuft ja schon. Läuft ja sogar schon. So, erstmal... Oh, warte mal. Schlange. Hier war Schlange. Hey, ohne sowas. Zack. Und nimm dir und rin mit der Viper. Erstmal... Oh, Europalette. Erstmal so ein bisschen hier den Gärtner ärgern. Erstmal alle kaputt machen, was hier rumliegt. Da würde er sich freuen. Ja, da würde er sich machen. Da freuen sich Gärtner generell. Oh, wer... Hallo. Oh, ein Korbsstoß hat hier reicht. Finde ich gut. Was ist denn... Was stößt denn denn hier so rum? Asthma oder was? Warte mal, gehör doch hier irgendwas. Chöre doch schon wieder so eine Castellano-Figur hier. Oh, erst der Verspräch. Schön. Das ist doch bestimmt dann wieder irgendwo, weiß ich nicht, in dem Gebüsch oder so. Ach, in... in der Gebüsch. Ding, ding. Oh, sieben von sechzehn. Wir werden bestimmt schon so viel übersehen haben. Ach, schade. Egal. Gut. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Das ist auch der Kisten-Zerstör-Simulator hier. Ja, ist aber Loot. Loot ist... Du brauchst ja hier Loot. Loot ist very important. Aber hörst du jetzt hier... Es hört sich wie so eine Viper an hier irgendwie. Warte, ich mach mal lauter. Gerade wenn ich hier so lang renne. Achtung. Ja, Vorführeffekt. Super. Scheiße. Das Einzige, was man hört, ist halt ständig Ashley. Genau. Man kann gerade sagen, die höre ich die ganze Zeit so. Aber ich höre einen Knochen. Oh je. Der will bestimmt nur spielen. Ja, ja. Der tut nichts. Der tut nichts. Oh, scheiße. 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 Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Das ist einfacher so. Oh, scheiße. Okay. Oh Gott. Der hat da so einen ganz ollen Ausschlag. Hachai. Wie sieht's denn aus? Hat irgendjemand nochmal Melly Bescheid gesagt? Wenn ich dropp mal kurz nochmal die Info im Discord. Das wir gar nicht auch machen. Nicht, dass du mir meckert. Und sieht's nicht gut. Ich sag mal kurz den Viper essen. Snake Eater. Snake. So, hier ging noch eine Leiter hoch. Ich gucke mal erst. Was? Denn wie denn hier? Ist doch der Nachbars Hund. Warum ist denn der nicht noch inner? Oha. Das Schöne ist halt wirklich, dass es... Oha, Alter. Das hat Resident Evil tatsächlich hier im Remake schafft mich echt ein paar Mal zu kriegen. Hahaha. Sitz. Hasso. So, und deswegen konnte ich auch schon diesen Part und Teil davor nicht so wirklich leiden irgendwie. Weil hier einfach irgendwie diese komischen Hunde echt... Benny würde immer sagen, pain in the asses. So, klettern wir mal hier hoch. So, und... Schauen wir uns mal um. Das ist ein schöner Garten. Ach, hier ist ein Hebel. So. Zack. So. Seien wir Ashley ist. Ja. Oh, guck mal. Fähnchen ist. Hey, sieh nur. Du hast die Flagge gehisst. So, da ist er wieder. Es ist aber auch wirklich... Sieh nur, du hast die Flagge gehisst. So. Ich wüsste nicht, was jetzt gerade wichtiger wäre, als hier jetzt eine Flagge zu hissen in dem Moment. Nicht entkommen. Nein. Oder die Präsidententochter zurückzubringen. Nein. Erstmal eine Flagge hissen. Das ist immer wichtig. Ne? Flaggen sind wichtig. Ja, aber es ist nicht meine Flagge. Das ist so ein bisschen... Blöd. Schlicht und ergreifend. Einfach doof. So, Pissi, das... Kiste. Ich bin ja so genauter Leon, der Kistenkiller. Und ich höre schon wieder irgendwo Knochen. Na, gut. Gut, gut, gut. Okay. Gut. Klettern wir mal hier hoch. Hier gilt es jetzt wahrscheinlich nochmal einen Hebel zu ziehen. Um noch eine Flagge zu hissen. So, ich bin gespannt, was denn passieren wird. Nachdem alle Flaggen denn hängen irgendwie. Also auf den Mechanismus bin ich ja schon nicht spannend. Da geht dann irgendein Tor auf. Wahrscheinlich. Also mach ich auch so, ne? Also das Müllhaus bei uns geht auch nur auf, wenn du quasi eh eine Balkontür offen hast. Irgendwie die Badlicht an. Aber die Flagge gehisst es. Ja, aber du hast doch nicht alle Flaggen anscheinend gehisst. Sondern es fehlt ja noch eine. Hier vorne ist noch eine gewesen. Da bin ich noch nie hochgeklettert. Da bin ich noch mit Stöhne. Er stehe hier vorbeigelaufen. So. Ah, guck mal. Nur eine Kiste. Ein Sekret. So. Und ich sehe schon wieder diese etwas lahme, die etwas lahme Steuerung. Hier schon wieder. Was ist der Finger? Hallo, Freundin Schendo. Aber nicht mit mir. Badabu. So. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich mich für die Red Nine entschieden habe. Irgendwie, weil die ist wirklich eine geile Wumme. Die hat Power. Kannst nicht mehr gerne. Warte mal. Ist hier hinten die Leiter? Na, hier vorne? Wo waren die Leiter? Ich würde hier an irgendeiner Leiter vorbeilaufen. So, vielleicht geht man mal nach oben. Nee, hier nicht. Wo ist die Leiter? Sag mir, wo ist die Leiter? Nein. Hier auch nicht. Kann ich irgendwas machen. Mal die Händen. Fahr hin. Sag mal, wo waren denn jetzt diese blöde Leiter, Benni? Äh, weiß ich nicht. Also, mich brauchst du wegen Leiter nicht fragen. Du hast da Freitag mit meinem Dark Souls-Stream gesehen. Da war doch, äh, Leitern finden war ich ja auch nicht so gut drin, ne? Oh. Oh. Hallo. Was haben wir denn hier? Ein elegantes Schachbrett. Mal eins. Das nehme ich. Und ich würde auch einfach die Vase so mitnehmen, wie sie ist. Badabum. So, das ist auch der Grund, wenn du halt merkst, dass du zu viel Resident Evil 4 gespielt hast. Indem du irgendwo hin gehst und erstmal eine Vase zertrittst. Oh, wie zugegeben. Einfach zu dem Po-Jang. Bam. Weggeladscht, das Ding. So, Kistenkracher. Ah, Knacker, ja. Hm. Ach, Mutti, komm. Ja, auf. Wirklich? Echt? So, für präzise Steuerung musst du Bloodborne spielen. Äh, nein. Nein, äh. Ich möchte dieses Spiel nicht spielen. Ich spiele lieber irgendwas anderes Schlimmes. Könnt ihr euch aussuchen, aber nicht Bloodborne. Bloodborne will ich nicht spielen. Spielen wir jetzt mit den Zombies. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Aber Reaktion wie ein Luchs hier, der Mann. Wo denn? Ah, oh, drei Stück. Drei Stück ist nicht so geil. Da holt mal den dicken Ballermann raus. Wo kommst du denn her? Ah, ich bin immer mehr. Stirb. Ah, scheiße. Das ist geklackert. So, Shotgun ist nicht so geil. Oh, mir geht's nicht gut. Mir geht's ja nicht gut. Mir geht's nicht gut. Ich seh auch gerade, du hast, äh, ja. Also ich kann dein Leben leider nicht sehen, so wie der Chat auch nicht. Achso. Ja, warte mal. Okay, warte mal. Das stellen wir mal ganz schnell um. Das stellen wir ganz schnell um. Tralalala. Lalalala. Lalalala. So. Jetzt müsste besser sein, oder? Ja. Ja, man muss es ja auch so ein bisschen spannend machen, ne? Irgendwie auch, äh, für euch muss ja Nervenkitzel da sein. Irgendwie stirbt da jetzt gerade, stirbt da nicht. Oh, da ist noch eine Kiste. Hm. Ich hab's schon nicht kaputt gemacht. Das soll der Gärtner von uns halten. Oh, ist hier noch ein Hebel? Hat sie... Ah, schon wieder. Aus. Okay, Anweisung geben. Hilf mir kurz. Ja. Ja. So, Frage ist, wo ist das Ding jetzt auf Jan? Oh, sie haben auch diese Ene-Schüssel davor. Ist aber auch makaber. So für drei so eine riesen Cerberus-Viecher da irgendwie. Nein? Nur Trockenfutter, so da rannte doch gerade einer. Kommt der jetzt hier ran? Ja. So, ich glaube, wir müssen in diesen... In diesen... Hier oben müssen wir irgendwie rein. Und hier war doch irgendwie... Die Frage ist nur... Wie komm ich da hin? Hier. Wie schön. Wie, lass dich nicht... Halt hier das Ding offen. Ashley. Nö. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach man, echt jetzt? Also wir müssen anscheinend irgendwo noch einen anderen Hebel finden. Irgendwie, den wir also simultan ziehen. Ashley, hier hinten. Und ich woanders. Hast du noch einen anderen Hebel irgendwo gesehen, Benny? Nö. Hm. So, wie jetzt denn hier nachgehen? Wo geht es denn da hin? Wer ist das für ein Siegel da am Tor gewesen? Das ist von Ralf, das Siegel. Oh, ist halt schlecht. Ach so, da muss... Okay, sie soll jetzt da ziehen und dann... Okay, okay, okay. Ah, und da liegt der Torf. Ah, okay, alle klar. Gut. Ein scharfes Auge hätte das auch erkennen können. Willkommen bei Binion Steve. Okay. So, ich werde mal sehr vorsichtig. Ja, und ist hier oben jetzt ein Hebel? Warum ist das denn hier so arschduster? Ah, hier ist der Hebel. So. Hallo. Ich liebe Resonanz, liebe Rätsel. Willkommen bei diesem beschissenen Irrgarten. Ist halt... Ach, kann man machen. Kann man machen. Oh, hier ist er. Ach. Okay. Wo ist er denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach, ich bin ja bescheuert. Ich kann auch sneaken von hinten. Kann auch Sneaker-Tags machen. Sneaker-Tags? Ja, pass auf, jetzt hier. I'm coming for you, Ashley. Oh, scheiße. Falsche Ecke. Ja, ja, ich bin doch hier. So, und in... Oh, nein, mein Messer ist schon wieder kaputt. Natürlich ist mein Messer kaputt. Roundhouse-Kick in die Fresse. Guck mal, du hast da was im Gesicht. Meine Kugel! So, und jetzt lief herrlich chaotisch. Verletzt. Nein, danke. Dann sei ruhig. Also, er ist so ein bisschen Arschloch-mäßig zu ihr, finde ich. Er könnte ruhig ein bisschen netter sein. Er hat ja auch irgendwie... Ich meine, sie ist halt ein Kind. Also halt ein Jugendlicher. Aber halt trotzdem noch irgendwie Kind. Wo sind sie? Wo sind sie? Da vorne sind sie. Wo ist denn da jetzt hin? Wo? Wo ist er? Ach, du Schande. Oh! Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Nur kommen hören irgendwie. Stirb. So, wäre ja mal interessant. Gehen wir jetzt da lang? Oder gehen wir jetzt dort hoch? Oh. Gehen wir weg. Wo ist dein Herrchen? Andy, wo wollen wir hin? Hier hoch? Oder da hin? Ich wäre für hoch. Denn, tu mir das also. Ich höre doch schon wieder Hunde. Oh, pompös, pompös, pompös. So, dann komm mal. Oh, ein Händler. Der Ballsaal kann nicht weit sein. Und Chat nebenbei ist gerade eine Wetter offen. Oh, ist eine Wetter offen? Was? Stirbt Steve heute? Den Rest sehe ich leider nicht. Was steht da? Nein, es stirbt Steve heute in Resident Evil 4. Safe, Alter. Also, ob du überhaupt stirbst. Aber wir haben auf jeden Fall einen Believer. Aktuell. Wir haben nur einen Believer? Der Rest glaubt nicht an mich? Wir haben einen Believer und einen Nicht-Believer. Also, wir haben bis jetzt nur zwei Stimmen. Ah, verstehe. Gut, okay. Ich lese mal was vor. Hintertrieb, bis nächste Level. Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug am Land gezogen. Damit kann ich deine Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung. Versteht sich. Sag Bescheid, wenn du daran interessiert bist. Na aber, Interesse? Willkommen. Ich hab nur die feinste Waffe im Angebot. Ich sehe hier keine Neuigkeitenpunkte. Wir gucken mal. Hä? Oh, doch. Guck mal, guck mal. Ach du, aber... Schnäppchen. Schnäppchen, Alter. Gott. 45.000, Alter. Oh, unisono bin ich. Unisono, schön. Ah, jetzt bin ich aus Versehen, Rufi, komm. Ah, hoppala. Na gut. Ich bin aus Versehen raufgekommen und gedrückt. Ja, ich bin plötzlich, Rufi, Pfeilen auf die, aber ist eine andere Geschichte. Haben wir überhaupt was zum Verkaufen? Ja, haben wir. Weiß ich nicht. Die Götze. So, das Schachbrett. Spropine oder Arrange, es macht keinen Unterschied. Ach ja, die Götze, das war ja das Ding, wo wir vermutet hatten, dass da die Magnum, glaube ich, drin war. Ja, genau. Frage wäre tatsächlich auch, ob die Götze eventuell Teil eines größeren Kunstschmuckelements wäre, wovon wir ja schon eine verkauft haben. Ja, ich glaube dann aber nicht. Das stimmt. Das ist so richtig. So, Seidenkristall, können wir beide verkaufen? Naja, komm, wir haben schon die erste Götze verkauft. Verkauf mal die Speton, aber. Ja. Ah, da hast du doch fast deine 45.000 fast wieder dran. Fast. Ja. Ah, der hältst nur 33. Jetzt könnte ich natürlich hier 65 Dinger nochmal ausheben, irgendwie, oder? Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen achten. Wenn es eine Hauptwaffe ist und wir finden ja hauptsächlich nur Munition, oder meistens Munition für Pistole, macht schon Sinn. Neuer Koffer. Neuer Koffer. Hm. Neuer Koffer, Benni. Der muss sein. Der Koffer ist immer, 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 der ist safe, ne? Also der muss gemacht werden. Der muss sein. Okay. Er ist ziemlich groß. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Ah. Schade, Alter. Schade. Schade, schade, schade. Die groß eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. So, so, ist das so, ja? Schön. Da willst du denn, ähm, irgendwas verkaufen, was wir nicht nutzen, wie zum Beispiel... Achso, kommst du jetzt da ran? Ähm, weil wir haben noch zwei, zwei separate Waffen bekommen, die wir jetzt doch eh nicht nutzen mehr. Ne, also Pistole und hier die abgedüttelte Schrotflinte. Haben wir die nicht schon verkauft? Glauben nicht. Haben wir schon verkauft. War schon verkauft? Okay. Wir haben tatsächlich noch den Bolzenwerfer. Den würde ich aber nicht verkaufen wollen, tatsächlich. Nö. Die mag ich irgendwie. Ja, dann lass den doch. Ne, wäre es nur gewesen, wenn wir jetzt irgendwie unnötig Waffen bunkern, dass wir die halt einfach nicht... Weil wozu? Wenn wir sie eh nicht nutzen, können wir sie auch verkaufen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Geld. Okay. So, ich habe hier noch einen Auftrag, den würde ich mal kurz anschauen. Ah, Kampfdarmeljungs. Diese blauen Meldrjungs sind ein Scheinfleck und ich will, dass sie verschwinden. Zeigen wir ihnen, dass wir keine Angst haben und dass wir dies nicht dulden. Alles klar. Sechs Stück finden, fünf Spinelle gibt es dafür. In der großen Halle. In der großen Halle. So, ich würde aber nichtsdestotrotz... Nein, nicht verkaufen, sondern... Hallo? Bin ich gerade? Ach ey, was haben wir denn hier noch? Roter Brill. Oh, Schulterstütze. Ne, die haben wir ja schon erhalten. Ich bin bescheuert. Quatsch, ein Scheiß, Alter. Mann, Mann, Mann. So ein verpeilter Typ. Schwarzer Aktenkoffer. Der ist aber neu, oder? Die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe zu finden, den ledernen, hatten wir schon. Der ist neu. Genau. Bin ich der Meinung. Rotes Kraut und Dings. Aber beides, weiß ich nicht, ob das uns irgendwie so viel bringt. Weil wir sparen ja eigentlich auf die 30 auf das Spezial-Upgrade-Ticket. That's right. Martin! The Man! Bei Frakas! Schön, dass du da bist. Hi, Martin. Laufst du dich gerade ein bisschen warm, bevor du loslegst? Oder weiter? Na dann, was kann ich für dich tun? Dann jeg noch mal ganz kurz. Dann müssen wir halt noch mal ganz schnell Kampfmesser reparieren. Nenn mich ruhig. Das ist mein Lieblingsmesser. Aber für diese Arbeit ist das eben vorausgesagt. Ja, und die Weste nicht? Die Weste ist eigentlich noch... Oh, nee. Scheiße. Jetzt ist sie wieder voll. Okay, die Weste war komplett runter. Ich dachte, die ist doch noch gut. Die ist doch noch jeder noch. Moin, meine. Jo, ich auch noch eine. Hoch. Tschö, ich liebe das, wenn Martin Nachrichten schreibt. Das ist tatsächlich... Du denkst kurz... Soll ich jetzt wirklich schnell noch irgendwie das Stropemobil alarmieren? Hat er einen Schlaganfall oder ist er einfach nur irgendwie... Hat er wie Hummer zu dicke Finger auf den Tasten? Aber mit ein bisschen Fantasie kann man seine Nachrichten immer in den Schlüssel. Ich mag ihn. Ich mag ihn, Martin. Ah, schön. So, hier können wir anscheinend wieder an den Skistand. Würde ich sagen, in diesem Fahrtuch. Wirklich noch mal an den Skistand? Also du hast ja noch... Hattest du nicht sogar noch... Wir haben noch Schietungs, richtig. Wir haben noch Schietungs. Oh, 10 Liter, Alter. Verkaufstwert von heilenden Objekten steigt um 100%. Ein epischer Riesenkäfer. Okay. Also der scheint special zu sein. Cool. Ah, haben wir schon ein paar Mal. Sag mal, können wir die Dinger nicht so verkaufen? Ich glaube nicht. Davon habe ich schon jetzt drei. Ne, ich glaube aber nicht, dass wir die verkaufen können. Oh, guck mal hier. Kleiner Snack. Mh, wunderbar. Okay, mal hier der Schnipo. Der Schnipo-Teller. Schön. Pizza läuft. So, okay. Hier könnten wir jetzt tatsächlich Skistand-Übungen machen. Würde ich jetzt aber nicht machen, weil ich will tatsächlich ganz her nochmal ein bisschen in Progress weiter vorwärts kommen. Sag nicht, du gehst schon. Du bist gerade erst angekommen. Denn wir hatten schon letztes Mal relativ viel am Skistand abgehangen. Und so richtig geil ist, was so jeton-technisch nicht mehr rausgekommen fand ich. Ne, das stimmt. Außer jetzt gerade der epische. Der war eigentlich gar nicht schlecht. Bis auf die Heilkräuter. Die verkaufen wir eigentlich nicht. Achso, der war ja wieder. Wo finde ich den denn jetzt eigentlich? Wo war denn der nochmal? Da muss ich wieder an die Schreibmaschine. Da muss ich wieder an die Schreibmaschine. Koffer anpassen. Na ja, gut. Aber man verkauft ja auch keine Heilsachen. Ne, deswegen sag ich ja. Also die Heilsachen, das bringt uns ja nichts. Es ist zwar schön, dass er episch ist, aber bringt uns ja gar nichts. Schade eigentlich. Dieser epische Hirschkäfer. So, da hinten. Die Gitarre kann ich nicht spielen. Nein. War ja klar. So. Kurz einen Blick auf die Karte werfen. Oh, warte mal. Hier haben wir noch ein Schätzchen. Tatsächlich. Okay. Hier müssen wir anscheinend irgendeinen Schlüssel oder irgendwas einsetzen. Den wir nicht haben. Und dann ist da drin irgendwie eine Lampe. Hallo, Fremder. Stranger. So, aber wir gehen erstmal in die große Halle und holen uns die Medaillen. Und zwar, oder? So, hallo, Halle, 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 Halle. Ich finde wirklich die Originalmucke so cool aus diesem Spiel. Ting, ting. Nummer eins. So, take a look at the map. Ena ist anscheinend hier am großen Kronleuchter irgendwo. Ja, siehst du wahrscheinlich nur von oben, oder? Wenn er hoch geht. Ja, die Statue da oben. Sieh mal die Statue da oben. Sorry, sehe keine Statue, muss ich sehen. Okay, ein bisschen weiter nach oben. Oh, Junge, Junge, Junge. Hm, was hier wohl fehlt? So, hier haben wir wahrscheinlich ein paar Köpfe einsetzen müssen. Na, gehen wir mal ernst rum. Wollen ja hier nichts verschwenden. Oh Gott. So, das war Nummer drei. Nun gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Guck mal, hier können wir noch ein paar Vasen kaputt machen. Bada bam. Und, weiter geht's. Ich bin der Meinung, die Grafik habe ich schon mal am höchsten Tönen gelobt, oder? Weil die sieht wirklich echt gut aus. Kann man echt nicht meckern. Kann man nicht meckern. Hier wäre Munition mal viel. Ich finde das unverhältnismäßig wenig, was ich gerne Munition finde. Es kommt aber darauf an, wie viel du eben hältst, mit welcher Waffe du verbrätst, ne? Ja, das ist wohl auch. Na, und vor allen Dingen, mit Wattik jetzt den Koffer ausgerüstet habe. Stimmt. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So, kann ich Ashley da irgendwo, wo ist ne Leiter? Und hier ist ohne an Auftrag. Oh Gott. Mann. Pelzige Bücherwürmer. Ein Teil der Burg wird von Ratten überrannt. Die fröhlich, all die kostbaren Bücheranlagen. Aber, diese Ketzer scheren sich natürlich einen Dreck darum. Mach bitte jemanden, was, äh, mach bitte jemanden, was gegen diese Umgeziefer, bevor es zu spät ist. Okay, wir müssen drei Ratten töten in der großen Halle und es gibt drei Spinelle dafür. Cool. So, hilft uns jetzt hier aber erstmal noch nicht weiter, weil wir haben tatsächlich noch nicht... Vorne ist noch ein Schatz. Äh, die restlichen Medaillen gefunden. Oh, guck mal hier. Ah, ein, oh, ein Alexandrit. Na, hör mal, da können wir doch aber. Da können wir doch. Können wir da nicht sogar schon wieder verkaufen? Ja. Zack. Und das sieht ja nicht mal schlecht aus, mein Freund. 46 400. Schön. So, gibt's hier hinten noch irgendwas? Ne, das wäre auch so ein schönes Versteck für so eine, für so ein Medaillon. Ist aber nicht. Was mich, was sehr komisch ist, dass das Medaillon jetzt auf der Karte gar nicht angezeigt wird. Also, die anderen wurden ja alle angezeigt. Na, wahrscheinlich müssen wir tatsächlich irgendwo anders rein. Also, hier in die Türen oder so. Verschlossen. Hm, verschlossen. Einmal haben wir schon gelebt, dass er sagt, oh, Gott sei Dank, verschlossen. Hier muss ich nicht rein. Das wäre schön. Aber nein. So, dann gehen wir mal vorne mal rein. So, da haben wir ja wieder diese wunderbaren Rüstung. Oh, mehrere. Ja. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Bisschen zu altmodisch für meinen Geschmack. Lustiger, Easter Egg. Weil du kannst tatsächlich für... Die würde dir bestimmt super stehen. Ja, ja. Genau. Du kannst für Ashley, wenn wir den ersten Run durch haben, kannst du eine Rüstung freischalten. Also, so war es beim Original. Ich weiß nicht, ob es hier beim Remake auch so ist. Damit sie nicht mehr entführt werden kann. Weil dann heben die die an und falten wieder mit denen zusammen. Das ist schon ein bisschen witzig. Schöne Anspielung. Grünes Kraut. Wunderbar. Oh Gott. Was ist denn das? Da unten ist doch so ein... Ja. Auf jeden Fall. Aber das ist doch... So. Definitiv eine Falle. Die Bane. Ja, auf jeden Fall. Rüberspringen. Ah. Nee, Alter. Das sieht nicht gut aus, Benny. Das sieht nicht gut aus. Ja, komm. Das kann am schlimmsten Fall passieren. Da kommen, weiß ich nicht, ein kleiner Mini-Boss-Fight oder vielleicht auch ein großer. I don't know. Was kann am schlimmsten Fall... Bitte dich, Benny. Was kann am schlimmsten Fall passieren? Die konnte es fehlen. Du bist doch gut ausgestattet. Guck mal hier. Du hast zehn Schuss. Das ist ja wirklich wenig, aber okay. Ich bin am Arsch. Am Arsch bin ich. Du hast ja gar keine Schrot finden, Muni mehr. Oh, okay. Sei vorsichtig. Ja, warte, ich mache. Der Vandale in mir kommt durch. Ich würde es mal Vasen kaputt machen. So, ich glaube, das wird kein von uns überraschen, wenn jetzt hier plötzlich... Oh, es ist hier eine Druckplatte. Äh, die Rüstungen lebendig werden. Mit diesen komischen Parasiten hier würde ich mal lieber nicht rauf treten. Sondern läuft da mal entspannt rum. Rohstoff neu gefunden? Schön. Schön. Aber ich glaube, losgehen tut es, sobald wir uns die Maske schnappen. Oder dem Pferd am Schwanz ziehen. Hashtag kapatzen. Scheiße. So, okay. Dann, na schön. Das kannst du ja nicht, weil Dings ist ja gar nicht da, oder? Hier, Ashley. Na, jetzt werden wir sie bestimmt gleich... Ach, na, das ist aber überraschend. Das ist aber überraschend. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie? Das interessiert die nicht? Oh, no! Boom! Achso, hätte er also erstmal die Rüstung zerstören sollen. Das ist natürlich richtig dumm. Okay, bin weg. Oh. Oh, cool, danke. Ich glaube, die möchten, dass das Herzfeuer nicht... Ja, ich mag das auch nicht. Lauf damit! So, und die nächsten kommen. Ich freue mich. Schön. Zwei Stück ist noch Käse, eh. So, in der Hoffnung, dass man quasi in diesen Sequenzen unverwundbar ist, wage ich mich. So. Ha, 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 ha. So, auf geht's, ihr Sch... Halt dich lieber fern. Mö, mach mal weiter. Und lass mich raten. Und da kommen noch welche. Schön. Und, oh, wirklich alle. Ich freue mich. Oh, der ist aber schnell, der ist aber schnell. Es sind drei. Na, da freut mich ja noch mehr. Mh, schöne Sache, schöne Sache. Ho, ho, uh, Language. So, Benni, ich bin für Motivationssprüche offen. Ich sehe alles verzögert. Du machst es aber super bis jetzt. Also, muss ich wirklich sagen. Und ziehst du es gut durch. So, Reloads. Ich verstecke mich einfach. Ich finde mich nicht. Ja, Munition wird halt knapp, aber ist okay. Ja, deswegen muss jetzt jeder Treffer sitzen. Und, ja. Ich kaufe erst mal zwei daneben, Alter. Jetzt willkommen bei Benni und Steve. Also, bei... Aua. Mann, Junge. Ich habe noch zwei Schuss. Ach, komm, hör auf. Oh, schnell. Hurry. So, Lea. Guck mal, hast du doch richtig gut gemacht. Eigentlich müsste man ein Trinkspiel draus machen, wenn ihr so einen cheesigen Spruch raushaut, Alter. Irgendwie was trinken. Ja, ich kann da irgendwie was trinken. Vielen Dank.